Also es ist längst überfällig, dass diese Rehabilitierung jetzt kommt. Vor allem für die vielen Opfer, die über Jahrzehnte darunter gelitten haben und auch in ihrem Leben die Konsequenzen tragen mussten. Das eine ist die finanzielle Entschädigung. Hier hat ja der Bundesjustizminister Maas im Herbst letzten Jahres die Voraussetzungen geschaffen. Jetzt kommt es darauf an, das auch zügig umzusetzen, dass die vielen Opfer, die es noch betrifft, auch diese finanziellen Entschädigungen erhalten. Aber die finanzielle Entschädigung ist ja nur ein Teil. Es geht vor allem auch um das Entschuldigungssagen, um den moralischen Ansatz, um auch sicherzustellen, dass deutlich wird, dass es Unrecht war, was über viele Jahre gängiges Recht geworden ist in diesem Land. Und dazu gehört es auch, dass wir eine öffentliche Aufklärung betreiben und diese öffentliche Aufklärung aus diese Opfer von damals auch nochmal ja öffentlich rehabilitiert und darüber hinaus aus Deutschland auch ein Signal in die Welt geht, dass Unrecht an Transsexuellen, an Homosexuellen nicht die Regel sein darf, dass wir immer wieder dafür kämpfen, dass Vielfalt ein Vorteil ist und kein Nachteil ist und dass wir ein tolerantes, offenes Land sind. Und dazu gehört es vor allem, dass man mit seiner eigenen Vergangenheit, die was in § 175 angeht, nicht die schönste war, wirklich offen, transparent aufarbeitet.